hallöchen freunde servus freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt in der letzten folge sind wir hier quer durch die villa gerannt und haben versucht irgendwie sieht aus wie ein smiley sieht ach mein gott jetzt mal rausgebracht und versucht in das zimmer zu kommen um die zigarren zu kriegen gegen ende der folge letzten folge haben es auch hingekriegt so und jetzt bringen wir einfach mal die luxusgüter zu kürtes damit der feine herr zufrieden ist na wir haben genug nicht das was ich haben wollte nicht das was ich haben wollte wo macht bloß die scheiß tür auf hier wir sind da kürtes ich habe was für dich feinste waren und herr you go the drinks sir requested you're too good to me kid and don't let anyone say that curtis sinclair is not a man of his word you take my rifle pay and for the cigars i'll throw in some ammunition to get you started peggy is it so nice to see another lady with style around here old peggy's done right by me over the years but my joints can't handle her kickback no more treat her right and she'll look after you too well give us a bell if you ever need us to pop by and shoot some zombies for you ah no need to worry about me kid they can try and bite me my hides tougher than a two dollar steak besides i can still handle a pistol just fine i'll be all right with peggy's little sister betty on my hip peggy nice geil leute wir haben peggy oh mein gott scheiß auf die schrotflinte geil mega danke curtis das ist doch mal ein geschenk was sich gelohnt hat oder beziehungsweise eine mission was tuschelt ihr hier so ähm den reparieren wir einmal den auch ich wollte mal probieren diesen basey hier ne äh warte mal wir haben doch hier so eine den hier äh wenn du ein kritischer treffer landest besteht eine chance dass beim aufprall eine explosion ausgelöst wird instabilität den wollte ich mal probieren nehm wir den mal warte mal war denn der andere da nehm wir den ist ja kompetenz wenn du einen zombie tötest äh warte nicht scheiß okay und dann machen wir aber diesen hier rein okay der geht wieder runter dann aber warum soll man den so lassen okay wir können quasi feuer 2 machen also nur stufe 2 dinge ich warte mit dem basey bis wir äh diesen hier den physischen einen dieser einschläge mod auf 2 haben oh mit die kids können wir erstellen nice hmmm Statische Aufladung Teeren und versengen. Wenn du einen Zombie verstümmelst, entsteht unter ihm eine Pfütze brennenden Treibstoff. Verpasst getroffenen Zombies eine Ladung von Schockexplosionen aus, die Zombies in der Nähe elektrisiert. Also ganz ehrlich, das fixt mich tatsächlich mehr an. Ah, können wir nicht herstellen. Scheiße. Regenerierendes Gewebe. Mutantenherz. Schade. Schade, ey. Boah, die hätte ich beide gerne draufgeballert da. Was darfst du uns denn anbieten? Pistolenmunition. Was wir haben, haben wir, ne? Den verticken wir mal. Ja, komm, die Pistole hier, die kann auch weg. Wir haben jetzt Peggy. Ja, der schade little Sam. Was? Oh, ja, ja. Er wurde auch Sam genannt. Such ein leidiger Kumpanier. Sein eine Wege war, dass er seine kleine Sache auf dem Karpett schrauben würde. Er würde es für Stunden machen, mit diesem schadeigen Blick in seinen Augen. Tag nach Tag hat er es gemacht. Also habe ich ihn fixiert. Fixiert? Ich habe oft gedacht, dass es viele Menschen gibt, die viel besser aus wären, wenn sie auch fixiert wurden. Ah, nicht witzig. Nicht witzig. Beverly Hills. Zwei Quests verfügbar. LR, eine Quest verfügbar? Wo haben wir denn hier eine Quest verfügbar? Hier ist doch nichts, oder? Warte mal, wir könnten einmal... Mir fällt gerade an, wir haben ja Sicherungen geholt. Unten durch, glaube ich. Ich wollte mal was gucken. Hier hinten war doch irgendwo so ein Raum, wo wir eine Sicherung für brauchten. Wir haben ja noch nie quasi so eine Sicherung benutzt, ne? Ich muss jetzt abschätzen, wo das war. Wir folgen einfach der Sicherungsmarkierung hier. Fuck you. Aha, 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 aha. Wird das jetzt auch mal auf hier? Boom. Oh, die Waffe. Oh, die Waffe. Oh, oh, oh. Da. Ähm, boom. Eine fette Kiste hier. Die Flüsterklinge. Oh mein Gott. Stufe 17. Die Flüsterklinge. Exquisit. Geil. Heute, wir müssen mehr von diesen Dingern öffnen hier. Wir müssen mehr von diesen Dingern hier öffnen. So, aber wo soll denn hier eine, äh, West sein? Hier ist doch nix blaues mehr. Furcht abgebogen. Sorry. Neun Meter? Neun Meter? Ist ja auch so eine fette Waffe drin. Na ja, so übelst krass finde ich die jetzt aber nicht, wenn ich fennig bin. Okay. Okay. Sind da überall ethische, epische Waffen drinne? Wahrscheinlich sind in diesen Dingern immer epische Waffen drinne. Geil. Hol ich mir direkt neue Sicherungen. Also, ab jetzt immer schön Sicherungen kaufen. Elisabeth, hä? Elisabeth. Elisabeth Swann. Mit Captain Jack Sparrow. Finde ich gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den testen wir selbstverständlich. Für die Reugabel. Erstmal. Okay, und dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise zu... Guck mal, hier steht eine Quest verfügbar. Emma ist anwesend, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Wir sind hier bei Tag. Kein Bock bei Nacht. Okay. Freunde. Hä? T-T-T-T? He told you! Oh, no, hey, don't cry. He went, uh, peacefully. Like he wanted, yeah? Deep breaths. Come on. It's just... No one understood me like Michael did. When I was filling out my college applications, I broke down the week before they were due. And Michael stayed with me every night until 3 a.m. helping me get them all finished. And he hates staying up late. Mom loves to think I'm some sort of wonder child, but... I wouldn't be where I am today, though, Michael. Yeah, Michael's Abgang war nicht geil. I just need some space. Ja, ich wollte eigentlich direkt gehen. Ich wollte gar nicht bei dir bleiben. Kannst ruhig weiter rumtippen. Party people. Alles geil. All right. You know, you're like, you're good at this. You're good at, um, apocalypses. This. Stop, stop. You're making me blush. But I'm... Hey, I'm not. Roxy and me, staying out of trouble is like a full-time job, man. I've only ever been really good at one thing, and I barely even do anymore. Gods and Whiskey is still something to be proud of. You were the soundtrack of my teenage years. Ouch. And exactly. Like, what have we done lately? I gotta find that spark again, man. Get back in touch with the gods instead of just the whiskey. Oh, Farouk. Gesundheit. Farouk's our producer. He lives next door, downhill, like, totally obsessive about discographies. Collects every master tape and unreleased track you could imagine. Including ours. Hey, some of those have real promise. I wonder if... Maybe sample them? Hey, I'll be right back, man. Tell Roxy not to worry. Right back? You're not thinking of going out there for fecking master tapes. I know you're not. I'm not? You're not good at apocalypsing. Remember, I'll get your tapes. But one thing, being responsible for a new G&W album would mean bragging rights forever. Oh, kickass. If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. If either of them are still there and alive, sure. Okay. Who are you? Who are you? Who are you? Handler. Oh. Okay. Erlesenheit. Die Dinger kaufen wir einfach mal immer. Oh, guck mal hier. Nagelpistole. Stoff. Wir brauchen Stoff. Und Schnaps. Michael ist tot. Er wurde gebetet. Er wurde gebetet. Er wurde gebetet. Er wurde gebetet. Das funktioniert. Oh, schau mal hier. Ich konnte immer mit ihm nicht zusammenkommen. Aber ich weiß, dass er viel bedeutet. Jesse. Michael. Ja. Ja, zu Michael. Darf ich jetzt gehen? Okay. Okay, da brauchen wir gerade nicht dran. Okay, wo müssen wir hin? Darunter. Ciao mit V. Eine Sicherung. So, schauen wir mal was hier für eine Waffe drin ist, wa? Wow. Ein Klauenhammer. Enttäuschend. Pure Enttäuschung. Oh, komm schon. Die beste Klubs sind immer die schwersten, die in die zu kommen. Jetzt, schauen wir, ob der DJ diese alten G&W-Tracks hat. Verrug. Ich sterbe endlich. Und schnibbel ihn durch. Okay. Die perfekte Kotze. Ich muss da raus. 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 Und das ist wegen der Sauts. Echt. Na? so jetzt komme ich noch nicht raus obwohl ich bin ja so war klar dass das hier lief das war klar ok dann gehe ich hier oben durch noch einmal hört sich auf jeden fall gut an ricky me boy the rovin music historian has returned oh hey i don't remember calling uh do we have an interview scheduled an interview no you rapid waste of oxygen i'm back from having a great personal risk mind recovered your stupid master tapes from your stupid producers undead house party faroox oh man dave's gonna be like heartbroken on which note i bear startlingly similar news oh sad note man like ballad worthy there was this one track we laid down and hey wait did you say master tapes i was just thinking about getting those back what an unexpected coincidence this is fucking awesome man i'm gonna listen to him right and i have never heard take you back to your dreams learned to fly oh hey you got grab you the tapes didn't you i did at that for me sins hey thanks to you i'm on my way back up man those samples and old ideas are gonna be part of a new album man big themes big riffs sex death undead badass lyrics well i'm a little out of practice with lyrics i'm not gonna lie no you i don't believe a word of it screaming fans screaming guitars oh hey i gotta go to my place and get chopper the apocalypse needs a soundtrack man and ricky rex is gonna ride with the horsemen metal as fuck that's the cover of the album right there you stay work on the music and i'll get your chopper for you oh yeah oh killer because i got this song brewing and i gotta keep hold of it oh you need to find misha choppers locked the way upstairs at my place gotta be careful because this one time when we didn't lock up when the party finished the whole upstairs was like empty totally cleaned out so yeah misha she had the key then i'll get it from misha but you best go around the back through the kitchen oh and if the band are there and you know milk in their encore could you send them up to the big gig in the sky i'll hand deliver their backstage passes myself boy gar kein problem ich brauche ein paar sicherungen wieso kann ich denn jetzt drei sicherungen tragen falsch okay wo müssen wir hin nach dort oben da ist ein sicherungskasten sollen wir den öffnen leute klar öffnen wir den wo Oh, shit. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Geht doch alles viel schneller. Hallo. Okay. Was haben wir hier? Das hier, das hier. Ich muss mich raten, wir haben jetzt gerade reinzuführlich kein Wasser hier. Ein Basie. Eine Metallkeule. Egal, hat sich schon gelohnt. Wieder was episches hier. Na, komm, ich häng fest. Hallo. Boah, ich dachte schon. Fick dich. Ich renne hier bald nur noch mit epischen Waffen rum, alter. Den Hintereingang, okay. Now, this looks like it was some proper fun in the sun. Komm schon, ey, komm schon. So, Freunde, ich würde hier tatsächlich wieder die Folge beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. So, bis bald interpretations. Und dann, bei 5000m.